Der Rücktritt eines langjährigen Verteidigungsministers ist nicht ungewöhnlich. Aber die Verhaftung von fünf hochrangigen Beamten ist eindeutig mehr als nur die Suche nach frischem Blut, besonders im Russland von Wladimir Putin. Nach dem Rücktritt von Sergej Shoigu als Verteidigungsminister hat eine Verhaftungswelle die Macht dieses Ministeriums unter dem Deckmantel einer Antikorruptionskampagne dezimiert, schreibt CNN in einer Analyse der jüngsten Entwicklungen in Russland. Nach fast drei Jahren der Misserfolge auf den Schlachtfeldern in der Ukraine hat Russland in den letzten Wochen eine erfolgreiche Offensive im Norden in Richtung Kharkiv sowie Siege in der Region Donbass im Osten gestartet. Der akute Arbeitskräftemangel in der Ukraine und die Reduzierung der Munitionslieferungen, verschärft durch die Sackgasse im US-Kongress bezüglich der Genehmigung eines Militärhilfepakets, haben ebenfalls zum Glückswechsel Russlands beigetragen. Die Frage ist also, warum wird das Ministerium, das für den Sieg im Krieg verantwortlich ist, gerade jetzt erschüttert? Analysten beschreiben das Verteidigungsministerium als eines der korruptesten des Landes. Die russischen Staatsmedien haben über Militärverträge im Wert von enormen Summen berichtet und die hochrangigen Beamten des Ministeriums und ihren luxuriösen Lebensstil öffentlich bloßgestellt. Aber wie ein Analyst gegenüber CNN sagte, sehen wir hier ein ufilschichtiges Spiel, das mit dem Timing und Putins existenzieller Notwendigkeit, den Sieg gegen den Westen zu erringen, verbunden ist. Über diesem Umbruch schwebt das Gespenst von Yevgeny Prigoschin, dem Chef der Söldnergruppe Wagner, der einst als Putins Koch i bekannt war. Vor seinem Tod hatte er seinen Hass auf Shoigu und den russischen Generalstabschef Valieri Gerasimov geäußert und sie sowie das Ministerium der Korruption und Inkompetenz beschuldigt.